Hi, hallo, hier ist Ronja und Izzy und ich ziehen heute um. Und Izzy ist übrigens auch mein Freund Izzy und Tipps dabei. Ich hab ein Teddy. Oh, Tipps sind mir lieber. Wollen wir los? Tipps sind mir lieber. Ja, ich glaube auch. Wo ziehen wir denn jetzt hin? Wir ziehen in ein schönes Haus am Strand mit eigenem Pool und großem Garten, Hängematte. Ja, ich bin schon überzeugt. Hängematte ist das ultimatische. Und ein Baumhaus. Und ein Baumhaus, ja. Und ein Swimmingpool, hast du gesagt, oder? Ja, Swimmingpool, habe ich gesagt. Und ein Sauna, wenn es geht, bitte. Ja, zum Glück hat unser neues Haus das an. Und wenn du die Grüße, die so zu ebender Erde sind, wo du dann so rüberguckst, was weißt du? Oh, ja, ja, diese Infinity Pools, oder wie die da sind? Ja, bitte, das will ich auch haben. Ja, die sind so hübsch. Oh, wir kriegen ein Traumhaus. Ja. Wir machen eine Roomtour. Zeigen euch. Hier, Infinity Pool, Sauna, alles da. Absolut, ja. Ja, aber man kann ja mal reinschauen. Der Blocki-Markt ist 500 Meter weg, ist schon mal gut. Hallo, willkommen in deinem neuen Zuhause. Noch bin ich nicht überzeugt. Ich bin ganz schön klein. Meine Haare sind halt schon klein dafür, dass ich so klein bin. Die gehen fast bis zum Boden. Okay, hier stand gerade, hier sind Snacks überall im Haus versteckt, die uns Energie bringen. Und, äh, ich... Wie soll die suchen? Warte, da ist ein Mausenloch. Passen wir da rein? Wahrscheinlich. Oder? Warte, hier ist ein Rezept für Kuchen. Aus einem Apfel und zwei Colas kann man einen Kuchen machen. Ich hab einen Apfel gefunden. Okay, suchen wir noch zwei K... Okay, aber wir brauchen drei Kekse für ein Rezept. Steht hier. Drei Kekse und einen Apfel und zwei Cola. Drei Kekse, einen Apfel und... Ich hab auch einen Apfel, okay. Und zwei Colas. Ich weiß nicht, ob das Cola sind, aber das ist irgendein Getränk. Du musst halt die Schubladen von den Schränken aufmachen. Ach so, oh ja, stimmt. Da hab ich gar nicht dran gedacht. Der blaue Raum. Oh, Geld! Okay, Geld in der Schublade gefunden. Wir sind Diebe! Wir sind offiziell... Ich dachte, wir ziehen hier ein in unser schönes Haus. Hier ist so ein Gemeinschaftszimmer mit ganz vielen kleinen Betten. Ich dachte, wir haben eine Hängematte. Kein Whirlpool! Kein Whirlpool, kein Infinity Pool, nix. Gar nix. Oh Mann! Wir wurden schon wieder abgezogen hier. Auf jeden Fall. In welchem Zimmer wollen wir schlafen? Ähm, den blauen fand ich bis jetzt noch nicht so gut. Pink ist vielleicht besser. Grün und blau gibt es, ja. Man kann das Bild wackeln. Kommt da was? Oh, ich hab einen Energy Drink! Oh, sehr gut. Ich hab schon richtig viele Sachen. Ich hab nur einen Apfel bis jetzt. Warte mal. Hier steht Breaking News. Live in 2 Minuten 30. Da können wir die Nachrichten gucken in deinem Wohnzimmer. Okay. Oh, Geld! Wie kannst du denn schon so viel... Hier ist eine Maus! Nee, hier ist eine Katze. Apfel! Hä? Wie ist das? Hier ist eine Katze. Katze? Was? Ja, da ist eine Katze. Die Katze beißt mich! Was? Die beißt dich? Ja, minus 10. Low Energy hab ich jetzt. Oh mein Gott. Weil ich noch keine Snacks... Oh, warte. Ich muss den Apfel essen, gell? Ja, aber so viel hat der mir nicht gebracht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, darf man sich nicht von der Katze beißen lassen? Ja, das war ja keine Absicht. Jetzt hat du mal nicht deine Hand in ihren Mund gehalten. Hat ich auch gar nicht gemacht. Warte, ich bin in die Hand. Nein, was passiert jetzt? Oh, ich glaub, wir schlafen. Oh. Nee, doch. Aber das ist gut, weil ich bin low on energy. Okay, setzt euch an den Tisch. Es gibt bald Abendessen. So ein Glück. Ich bin nämlich echt kaputt. So, ich sitz schon... Warte, ich komme zu dir. Ah, hallo. Stimmt, es regnet, aber das... Also, ich mein, Wasser ist Wasser, aber es ist immer noch kein Pool. Okay, jemand ist an der Tür. Macht ihr auf? Nein! Nein! Fremden Leuten soll man nicht aufmachen. Unnuggets öffnet die Tür. Es ist der Pizzamann. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, Unnuggets hat uns hier ganz schön reingeritten. Oh, den hätten wir doch aufmachen sollen. Aber den Pizza... Ja, ja, hat er zum Glück. Pizza! Siehst du, hast du doch was zu essen. Ja, Glück gehabt. Was? Manche Stückchen der Pizza wirken größer als andere. Schnapp dir eins. Hab ich. Boah. Ich hab jetzt so viel. Meine Chips. Sie bringt nur plus drei. Der Apfel hat plus 15 gebracht. Ich fühl mich hier nicht... Oh, nee, da ist die Katze wieder. Oh, ich hab Angst. Die beißt dich. Pass auf, die beißt dich. Ach, Quattro. Gewitter? Hä? Ich sag, das ist die Katze. Ich sag, die Katze will was Böses. Die Breaking News fangen an. Okay, was ist mit den Lichtern passiert? Das wüsste ich auch gern. Ich rauch. Okay. Wer ist das da draußen? Ist da draußen jemand? Ja, da... Okay, da waren einige... Ich weiß auch nicht. Äh, irgendjemand hat die... Tür zum Keller aufgemacht. Aber es ist zu dunkel, um runterzugucken. Ja, ganz toll. Das finde ich ja super. Okay, in zwei Sekunden. Eins. Dun, dun, dun. Was haben wir? Ameisenrennen. Nee. Notfallübertragung. Muss ich? Ja. Okay. Geht gar nicht. Die Perch hat angefangen. Ja. Okay, es sind Verbrecher auf freiem Fuß. Die machen Roblox-Spiele kaputt. Das ist nicht gut. Wir sind... Diese üblen Wörter. Extrem gefährlich. Türen und Fenster zulassen. Machen wir. Wenn noch irgendjemand an die Tür geht und er macht die auf. Ein Fenster, die aufhält. Ihr Anführer ist Scary Larry. Der sieht aber auch gruselig aus. Der Bart. Die Maske. In der Tat. In der Tat. Scary Larry lassen wir hier nicht rein. Nee, hab ich mir gemerkt. Ich hab ausgeschaltet. Oh, Moment. Okay, sehr... Warte, du kannst gar nicht ausschalten. Doch, jetzt. Okay, hoffentlich nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Hier. Schlafen gibt mir nämlich Energie. Ich brauch viel Energie. Warte, hier steht hier drüben mein Bett. Ich bin hier im Grün. Ich bin bei Blau. Oh nein, wir sind nicht im Gleichen. Wir sind getrennt. Ich kann auf den Teddy drücken und dann werde ich unsichtbar. Du bist unsichtbar? Das ist nice. Steht hier. Teddy, click to become invisible. Ich werde unsichtbar. Erdbeben. Irgendwas... Oh ja. Nein, 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 ist jemand. Hier ist jemand und der macht das Bett nebenan kaputt. Warte, bist du unsicher? Ich bin nicht... Ich fühl mich nicht sicher, nee. Aktiv gar nicht. Ich glaub, ich mach mich jetzt unsichtbar. Bin ich unsichtbar? Ich weiß es nicht. Ich hab gedrückt. Ronja? Ja. Hallo? Hallo? Bist du noch da? Oder bist du getimeoutet? Der blaue Raum wurde letzte Nacht angegriffen. Jeder hat überlebt. Ich hab überlebt. Izzy ist möglicherweise getimeoutet. Das wissen wir nicht. Der pinke Raum... Ja, ist sie. Der pinke Raum wurde ebenfalls angegriffen. Aber auch jeder hat überlebt. Zum Glück. Sie kommen uns zu holen. Das können wir nicht nochmal passieren lassen. Das find ich auch. Es gibt Boards in den Hauptrollen. Wir müssen die Fenster alle... Okay. Fenster verbarrikadieren. Kein Problem. Krieg ich hin. Und dann fühlen wir uns auch sicher. Bam. Zu. Zu der Laden. Guck mal. Dann passiert das nicht nochmal. Dann können wir uns hier noch mehr Boards holen. Und hier ist noch ein Fenster. Der ist übrigens Izzy. Aber die ist ja... Oh. Willkommen zurück. Dann bin ich wohl mal den Weg schließen gegangen. Hallo. Ich würde gerne die Fenster zunageln. Hier. Ah. Stimmt. Wir brauchen Bretter, oder? Ja. Okay, okay. Die liegen hier in der Mitte. Wir müssen die Fenster zunageln. Ja. So kann ich denn nicht... Jetzt. Du warst im pinken... Nee, warte. Du warst im grünen Raum. Bei dir war gar keiner. Bei mir war niemand. Nee, bei uns war alles gut. Was war denn los? Äh, da war ein Mann mit Baseballschläger. Der hat auf das Bett nebenüber eingehauen. Äh, lol. Aber es ist alles gut, ja? Aber alles ist gut. Es ist keiner gestorben. Hier ist der Keller. Kann man da runter? Äh, mit Baseballschlägern rein. Lol. Ein bisschen Angst vor... Können wir den Keller verschließen? Den Keller? Können wir das? Warte, ich hol mal... Ich würde gerne. Aber ich hab... Ich hab Bretter. Aber es könnte sein, dass wir da später runter müssen. Ja, aber der ist mir irgendwie zu gruselig. Der dampft schwarz. Schwarzer Dampf ist selten ein gutes Zeichen. Lass dir das gesagt sein. Äh, haben wir oben alles schon zugenagelt? Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Hier ist auf jeden Fall zu. Blauen Zimmer ist noch gar nicht zu. Da müssen wir noch ein bisschen... Oh nein, dann wird wahrscheinlich das blaue Zimmer gleich angegriffen. Aber wir waren ja das blaue Zimmer. Wir haben ja schon mal... Obwohl, das ist zu. Das ist nur schlecht verteilt. Okay. Hier, nee. Das pinke Zimmer ist noch gar nicht zugenagelt. Aber das ist mein... Oh nee, das ist sehr gut zugenagelt. Nevermind. Ist das grüne? Wie sieht's da aus? Das grüne weiß ich jetzt nicht. Ah, das Badezimmer ist noch nicht zu richtig. Ach doch, das ist auch okay. Nee, es geht. Jemand hat die Toilette zugenagelt. Geht das? Da muss niemand ins Klo kommen. Wieso geht das überhaupt? Damit einen bloß keine Ratten angreifen heute Nacht. Okay. Du hast einen großartigen Job gemacht. Oh, warte, wir sind zusammen im Zimmer. Wir sind im Grünen. Stimmt. Rambo 100 und Anak... Anaket... Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Haben ein... Versteck hinter den Bildern gefunden. Wow. Es wurde schnell spät. Okay. Du musst die Lichtschalter anklicken. Das weißt du, ne? Das, äh... Klar weiß ich das. Sicher war ich gerade voll mit dabei. Ähm, natürlich. Was sonst würde ich hier machen? Einfach rumstehen oder was? Und nichts tun. Du hast die... Was? Im Keller sind Waffen. Okay. Warte, müssen wir in den Keller gehen? Du hast gerade den Keller angemacht. Hab ich doch gar nicht. Was steht hier? Oh, aber es ist auch hier. Licht ist an. Und die Waffen sind unten. Das heißt, wir schnappen uns jetzt hier erstmal ne... ne Hake. Mit der Hake kann ich jetzt jemanden haken. Achtung, Izzy. Willst du Stress? Hä? Dann sind wir in Ruhe. Wir sollen in unser Zimmer und wir sollen in die Betten und wir sollen unsere Freunde beschützen. Ja, ganz toll. Vielleicht ein sehr kleiner Mensch. Lass... Oh, warte, warte. Ich hab viel Energie verloren, weil ich nicht geschlafen hab. Es tut mir leid. Ich hatte es nicht vor. Ich wollte ins Bett. Ich hab's nur nicht gefunden. Hier ist irgendwo Stress. Ich kann nicht durch die Tür rein. Ich bin ausgesperrt. Nein, ernsthaft? Ja. Ich seh meinen Namen, aber ich kann nichts tun. Ich bin low on energy. Ich hab überlebt mit meiner Mistgabel. Hab ich eure Räume von außen verteidigt. Ja, kein Problem. Wo bist du? Alles gut? Ich bin da. Ja, ja. Mir ist alles gut bei dir. Ich kann dir jetzt nichts zu essen geben. Das ist nicht schlimm. Blau und pink wurde angegriffen. Wir wären nicht mal angegriffen worden bei grün. Ich hätte einfach schlafen können. Ja. Die Boards waren nicht genug, um die Leute zurückzuhalten. Immerhin sind sie wieder abgehauen. Gut. Aber... Was? Oh mein Gott. Und die haben die Fenster eingeschlagen. Die Kellertür wurde offengelassen. Ich denke... Einer von den Bösewichten ist noch unten. Ich denke auch. Sie sind immer im Keller. Es ist immer im Keller. Die schnappe ich mir. Ich hab meine Mistgabel. Ich bin bereit. Dem wisch ich eins aus. Ready, set, go! Aber lauf nicht in die Scherben. Äh, klar. Bitte. Komm, können wir da rein? Was denkst du von mir? Wo ist denn der Keller? Ja. Nein. Ich weiß nicht, wo der Keller ist. Ich würde dir gerne helfen. Ich werde ausgenockt. Nein. Nein. Das ist Scary Larry. Das ist Scary Larry. Nein. Ich räche dich. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo der Keller ist, aber ich werde dich rächen. Oh, du bist zurück. Ich bin von den Toten zurückgekehrt. Scary Larry steht uns gegenüber. Oh nein. Scary Larry. Scary Larry. Baseballschläger. Er hat mich. Er steht auf meinem zermanschten Gesicht. Äh, respawn. Bin gerespawned. Ich bin mit Baseballschläger unterwegs. Wir haben Scary Larry gegeben mit unseren Robux. Ha, Scary Larry. Pay to win. Schon mal davon gehört? Ich bin aber erst weg, oder? Okay, sehr schön. Nee, er ist oben. Schnell. Schnell. Ab in den Keller. Was ist denn der blöde Keller? Ich weiß immer noch nicht, wo der ist. Er sagt, wir sollen in den Keller. Ah, okay. Dann ab in den Keller. Ab in den Keller. Hör doch auf mich. Wui, wui, wui. Ich würde ja gerne... Mach doch, was ich dir sage. Ich mach doch, was du mir sagst. Ab in den Keller. Ab in den Keller. Ich bin hinter dir. Mit dem Baseballschläger. Egal, wenn du mich provozierst, ziehe ich dir einen über... Die Katze! Oh mein Gott, die Katze! Auf! Sind hier Snacks? Oh, die Katze ist zu schmerzen. Die Katze ist mein Feind, Isi. Ich kann nichts dafür. Ich mag sie, aber sie mag mich nicht. Ich weiß nicht, hier ist irgendwo was Essbares. Hier ist Benzin in den Fässern. Notfalls trinke ich das auch. Ich hab die Kellertür offen gelassen. Nein! Die Katze! Was ist mit diesen Rohren hier? Meinst du, die können wir öffnen? Eigentlich such grad mal was Essbares. Würde nicht, aber ich glaube, hier ist nichts. Sie versuchen einzubrechen. Verteidig den Keller. Okay, here we go. Wie denn? Ich weiß es nicht. Wir sind auch nur noch zu viert. Olivia ist weg. Okay, ich geh runter, ich geh runter, ich geh runter. Nein, der ist unten, der ist unten, der ist unten. Ah, der ist unten, der ist Rappe. Nein, ich versuch's hier. Au, hier oben ist auch jemand. Katze, du dich? Okay, okay. Hier, bam. Dem hab ich eine übergezogen. Haben wir es? Haben wir es? Ja, wir haben den gleich. Ja, da ist noch einer, nein. Noch einer? Ja, das ist unfair. Wie viele sind das denn? Ich weiß es nicht. Ich hab nur einen gesehen eigentlich. Ich bin sehr, sehr lau. Ich lebe noch. Hast du auf dich auf? Okay, wie viel Leben hast du noch? Schaffst du das? Noch einer? Da kommt ein... Das ist doch nicht mehr feierlich. Katze, mach doch auch mal was. Kann man denn nicht mal auch wenigstens auf seinen vier beidigen Freunden zählen? Bist du tot? Nee. Nee, komm her, komm her. Ich mach das. Okay, das sind zwei. Juga, die machen mal wieder auf. Das ist ja unfair. Was hätten wir denn machen sollen? Oh, nee, er ist tot. Ich bin auch tot. Okay, gut. Dann war's das mit Break-In. Lief nicht so gut. Wurde eingebrochen. Wie denn? Ganz unerwartet. Der Name hätt's uns nicht vorher sagen können. Falls dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da. Und guck bei Easy vorbei. Der Kanal ist in der Infobox verlinkt. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.